So und willkommen zurück zur nächsten Aufnahme von Train Fever, immer noch mit on Broadcaster, also falls es Probleme gegeben sollte, werde ich das dann nach der Serienaufnahme feststellen, weil Preps und Dings sich halt nicht verstehen, Train Fever, seit dem letzten Update oder so. Und deswegen gibt es da halt so ein paar Komplikationen und ich überlege, ob ich hier gerade so eine kleine, sehr kleine Strecke hochbauen sollte. Ich probiere einfach mal hier eine Strecke hochzubauen, obwohl wir setzen erstmal hier einen Zug drauf, bevor ich das vergesse. Gas noch da hinten und dann haben wir hier ein und dasselbe Gleis belegt. Das will ich aber nicht. Ja, so passt das doch schon besser. Und du hier hinten fährst wo drauf? Auf exakt dasselbe wie der andere. Gut, das heißt wir drehen dich einmal um. Damit du auch aufs andere Gleis fährst. Haben wir das auch und das geht dann in welche Richtung das Signal? Die reingehende Richtung. Nö. Taktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktakt lassen. Ach komm, mach mal. Das heißt zu kaufen und dann nehmen wir den wieder. Ist eigentlich unsere Standardglocke geworden. Und dann hier 1, 2, 3. Ach komm, weil wir nicht so sparsam sind. Machen wir noch einen vierten. Und dann machen wir 64. Linie. Und auf 2. Dann sehen wir den mindestens einmal auf dem Weg. Da ist gerade der andere reingekommen. Mit einem bisschen Gewinn. Und wir fahren jetzt Richtung Ittershausen. Ich Ittershausen, Entschuldigung. Und mal gucken, ob es dann irgendwas Neues gibt. Wir sollten jetzt eigentlich mal schon mal ein Stück vorfahren, der Zug. Jahre 44 sind wir schon. Also 2044. Wir haben fast 200 Jahre um. In unserem Spielstand aktuell. Das soll doch was heißen. Und der Zug wird zu schnell sein. Weil der davor halt den Doppeldecker-Wagen hat. Und der fährt glaube ich nur 120. Wie ich mich erinnern kann. Das heißt, irgendwo sollte er dann hier langsamer werden. Ja, sehen wir schon. Er wird langsamer. Juhu. Oder auch nicht. Da kommt dann die Brücke. Äh, lol. Sieht das krass aus, wenn man das Muster anhat. Wenn man die Höhenlinie ausmacht. Sieht das dann wieder so aus. Und da fahren wir noch 170. Ja, da steht er gerade. Oh, und horridu. Da kommt gerade der parallel laufende Zug. Beziehungsweise fährt nicht seine volle Geschwindigkeit aus. Das ist glaube ich gerade das, was mich ärgert. Weil der könnte ja 220 fahren. Oder 200 glaube ich mal anders nur. Weil die Hänger die Lok wieder einschränken. Und hier kommt erstmal der Bahnhof. Und dann haben wir das Ding auch. So. Was haben wir? Lebensalter erreicht, ja. Busse. Typisch. Ich tausche mal gleich aus dem Bus. Und dann wollen wir doch mal gucken, wie das aussieht. Ey, sieht das nett aus mit der Brücke da. Und dann fuhnt durch die Mitte. Und dann geht es hier ein bisschen wieder bergab. Und dann sollte der Tunnel kommen, der lange. Juhu. Wir verschwinden. Eine Ewigkeit. Und da unten ist dann der Bahnhof. Und jetzt geht es Richtung Bahnhof. Mit 157. Ja, ich weiß, dass ich jetzt alle Busse austauschen muss. Das habe ich schon verstanden. Ja, ich habe die alle zur selben Zeit ungefähr gekauft. Deswegen sagt er halt, jo, du musst es mal umtauschen. Da kommt gleich schon der andere. So. Moinsinn. Ja, ich habe es doch verstanden gehabt. Aber was ich jetzt vergessen hatte, den Bahnhof hier anzuschließen. Beziehungsweise fährt hier eigentlich schon eine Linie. Das wird, glaube ich, eher die spannendere Frage. Fährt hier eine Linie? Nö. Das heißt, ich muss eine neue erstellen. Der fährt sogar direkt aufs Innengleis. Und das ist total geil, weil ich habe ja alles schon so vorgebaut, dass die Züge einfach von jetzt auf alle Gleise kommen. So, auf 2. Oh. Und dann zuweisen auf die letzte. Das war dann die 65. Ja, ich weiß doch, dass mit dem Bus ein Menschenskinder. Und da kommt er. So. Blockieren wir zwar nicht den anderen Zugverkehr, aber... Ja, es passt schon. Der muss dann hier wieder raus. Dann fährt unser nämlich rein in den Bahnhof. Und dann können wir schön drauf warten. Komm, fahr rein. So. Dann fährt er raus. Aber jetzt haben wir nämlich alles schön verbunden. Das heißt eigentlich, theoretisch wären wir jetzt mit der Welt fertig. Klar, Herausforderung wäre jetzt ja noch zusätzlich zu sagen, hier komm. Du musst noch das und das machen. Aber das wäre dann ja, glaube ich, auch gemein. Jetzt schauen wir uns das mal an, wie der hier sich verhält. So, wie ich das wollte. Das ist noch vorbildlich. Dann haben wir den hier auch bald geschafft. Komm, speicher endlich Jahre. 2045. Haben wir erreicht. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Transportlöwe. Reichen sie einen Schattestand? In einem schwierigen Spiel. Das wird dann wahrscheinlich der mittlere sein. Was sagt er hier? Ich habe doch 400 Millionen ohne Schulden. Hm. Benzimiliadär ohne Schulden. Habe ich doch. Ja. Wieso hat er das denn eigentlich nicht? So. Keine freien Plätze mehr. Führen sie einen Zug mit minus 200 Passagieren. Was? Gott. Das könnte auch noch eine Herausforderung sein, wenn man die machen will. Wie weit sind wir denn da? 28 Leute mittlerweile. Und wo ist denn unser TGW? Warte, hinkommt da gerade. Drei Leute. Ah, er macht schon halbwegs. Er versucht sich aus den Schulden rauszuarbeiten. Sagen wir halt mal so. Schnellzug warten schon sechs Leute. Gleich noch mehr. Da kommen die beide Züge fast parallel an. Ist ja auch mal eine schöne Sache. Und jetzt warten hier. Ein paar Züge mehr. Aber wieso warten die denn gleichzeitig und fahren dann erst los? Nee, da will keiner mehr schnell Zug fahren. Darum kommt der TGW gerade. Sonst würde der hier unten nicht stehen bleiben. Ja, da kommt er. Weit genug im Voraus geplant, Schöne-Doc. Hast du gut gemacht. Und da kommt er. So, das ist unser Mini-TGW. Und da fährt sie dann auch wieder los. Gut, dann haben wir ja alle Städte irgendwie kreuz und quer miteinander verbunden. Und jetzt will ich hier eine schöne Bergstrecke bauen. Da ist es ja eigentlich egal, wie schnell wir fahren. Und da ist es mir dann auch, glaube ich, egal, ob wir dann Gewinn oder Verlust machen. Weil das dann einfach nur so eine Strecke ist, worauf ich Lust habe. Also, so eine Lust- und Launestrecke. Die kann machen, was sie will. Da ist mir das scheißegal. Auf gut Deutsch gesagt. So. Eins. Zwei. Drei. Und dann machen wir mal. Wo fahren wir denn lang? Fahren wir hier über den Pass? Oder machen wir da durch? Kann man das schaffen, dass man hier irgendwie rumfährt? Das wäre doch mal eine schöne Sache, hier oben lang zu fahren. Okay, jetzt kann ich eigentlich die Pläne schon wieder verwerfen. so. Ah, voll. von der eine ecke in die nächste ecke so dann wendeln wir uns ja und ich langsamer unter also mindestens 80 soll da noch drauf haben wenn wir dann hier runter kommen dann das hier und dann geht es hier auch unter irgendwie nimmt das echt gestalt an jetzt kommen auch die ersten lkws wieder so und fährst du jetzt auch mal darüber so investieren wir mal ich will aber nicht höher ich will eigentlich nur tiefer da geht es wohl gerade mal wieder bergauf 9 milde was zum hänker ups okay das ist echt heftig so und dann jetzt sind wir überhaupt null runter fällt mir gerade auf wenn ich jetzt hier doch ich könnte schon einiges runter sein so haben wir den nochmal gebaut ist eigentlich von unnütz ist der angeschlossen jetzt auf jeden fall da hinten ist der bahnhof steigung zu groß du bist du nicht auf so dann landschaftsbearbeitung und dann gehst du hier wieder schön in die senke ich hatte es nämlich nie gegeben so ja und dann das oh gott was ich hier für ein umweg mache bin eigentlich schon viel zu weit weg so da weiß er auch nicht wo er hinführt da habe ich gesagt mir ist 80 dann gehen wir hier halten tun hoch schon in der steigung es würde gehen so da hätten wir ein part schon mal angeschlossen so so und der andere oh gott habe ich die welt hier misshandelt aber holla die welt ich überlege gerade als wir das hier ab es hat nur milliarden gekostet das bringt eigentlich gar nichts hat sich eigentlich nichts groß getan da probiere ich mal ob ich daran komme ne steigung leider zu groß wo ist wohin geht denn die strecke ist ja auch nicht so weit steigung zu groß das ist ja schon wieder runter jetzt verstehe ich das geht schon wieder positiv dann hoch und so ist es natürlich dann viel angenehmer hat zwar jede menge brücken und so was aber es hält oder es versucht was zu halten nein spiel ach so du hast nur gespeichert ganz runter bist du schon so 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 ist da eine steigung naja direkt nicht aber und dann und dann so so dann kommst du nämlich da hinten hin und du dahin und dann haben wir schon eine neue linie theoretisch wieder dann machen wir dann nein wir fahren von hier aus nach da naja so sieht also die strecke aus voll wüst und durch chaos und dann machen wir das fenster hier zu das geht doch dann eigentlich voll ja es hat was das stimmt linie 66 und dann nehmen wir denn da dann mal für den zug und dann haben wir denn da haben wir denn da haben wir denn da noch was nicht großartig wie viel zug kraft hatten die 285 kw die hat schon fast 300 die auch die hat 400 überlege gerade ob man die nicht nimmt obwohl das eigentlich eine lok ist für den güterverkehr ja wohl jetzt will ich mal kurz gucken wie viel gewinn machen war vier mille gerade 300 kw ich wäre einfach mal dafür dass wie machen wir das denn dass wir der ist ja auch blöd oder ich habe hier alles schon elektrifiziert wir nehmen erstmal den hat drei teile schaffen wir stopp wo fährt die 66 jetzt lang gut das ist okay vor dem gerade schon sagen hä wo will der den lang dass wir uns den jetzt nochmal anschauen wo der lang fahren sollte dann im endeffekt du hast doch so viele wege jetzt nimm doch irgendeinen du nimmst den straight down ok schauen wir uns die romantik mal an mit dem zug es wird jedenfalls sehr bergig so viel kann man schon mal sagen gleich sind wir am ersten startpunkt beziehungsweise allgemein am startpunkt so gleich nimmt er nimmt das okay und dann sehen wir mal was hier rauskommt bei der strecke das sieht irgendwie schon gewaltig aus dass wir hier unten starten und da oben dann irgendwo lang fahren ja guck mal schön weil das wird nämlich deine premiere hier auf der strecke so jetzt macht er die schleife die erste und das müsst ihr euch bei dem ganz bergigen gelände mal vorstellen dass da so eine rute läuft also könnte ich dann schon echt kaum noch fassen eigentlich die ganze zeit nur diese schlängeln obwohl in der schweiz machen sie es ja auch nicht anders da fahren sie auch nur bergauf bergab und hoffen dann darauf dass sie eigentlich dort gewinn machen so wo sind wir denn gerade wir sind gerade schon auf der hälfte eigentlich oder die hälfte kommt da irgendwo erst aber sieht eigentlich nicht schlecht aus na gut ich hätte es ja am liebsten nun nur an den wänden lang geführt aber das geht nicht direkt ist dann schon ein bisschen blöd aber wir nennen uns den höhepunkt der strecke lol so so wir sind auf dem höhepunkt der fährt nur schlangenlinien ja gut so viel fährt er jetzt auch nicht mehr fährt jetzt noch den berg hier runter dadurch und dadurch und dann ist er eigentlich schon fast am ziel wenn man das mal so definiert wenn man das mal so definiert und da die strecke frei ist das ist doch praktisch so da vorne kommt er so wartet denn hier irgendjemand für den für den nö und das war es dann eigentlich auch schon wieder von dieser folge trainieren wie schnell die zeit vergeht das ist immer wieder unglaublich das war jetzt schon wieder über eine halbe stunde also wer weiß was in der nächsten folge passiert schreibt mir aber was jetzt werden soll da wir eigentlich mit einem fertig sind wir also mit dem stadtverkehr ob ich noch irgendwie versuchen soll küterlinien aufzubauen neue oder nicht oder achja entscheidet ihr einfach schreibt es einfach unten in die kommentare was jetzt gemacht werden soll im genauen und wir sehen uns in der nächsten folge train fever haut rein bis denn und tschüss